Ich habe mir heute morgen überlegt, dass wir was ganz besonderes machen. Wir gehen ein Trampolin kaufen. Und zwar ein kleines Trampolin, das wir in die Wohnung stellen können, damit die beiden sich in der Wohnung ein bisschen austoben können, ohne dass sie die ganze Zeit durch die Gegend rennt. Sarah kommt nicht mit, Sarah ist stinkig, weil sie hat nämlich ihr Telefon fallen lassen und es ist ein bisschen kaputt gegangen. Und aus diesem Grund sind wir gerade zu dritt unterwegs. Fitnessgeräte untergeschossen müssen wir, glaube ich. Bei Karstadt Sport wollten die für ein Trampolin 280 Euro haben. Und Badeschuh hätte man fast gekauft, aber da hat man hier dann Aufstand gemacht. Okay, bis nachher, ja? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, wir sind wieder auf dem Festival, äh, Festival, sag mal Festival? Nee, auf dem Straßenfest. Wir waren ja gestern bei uns im Kiez in der Leonhardstraße und heute sind wir in der Lette Straße am Prenzlauer Berg. Da ist nämlich das große Bilderbuchfestival. Wir sind hier auf jeden Fall mit dem Vorlesebus auch am Start. Ich habe den gestern Abend noch hierher gefahren, was ziemlich anstrengend war. Aber jetzt bin ich wirklich gespannt, ob es ein schönes Straßenfest ist. Sieht auf jeden Fall voll aus. Wir sind alle zusammen? Ja, super. Ja, super. Man, ey, manchmal ist es ein bisschen, wenn wir einigen oder zwei kamen hier hin. Ja, naja, natürlich. So, hi, wir fahren jetzt nach Hause. Wir haben es geschafft, Tibi, es war echt anstrengend. Vor dem Jahr dachte ich Mama ein Eis mit zwei Kugeln. Eigentlich wollten wir bei den Eis so Belohnung, weil es so anstrengend war. Weil alle Eisladen hatten schon zu. Jetzt haben wir es auch morgen verschoben. Ich habe echt so Hunger. Ich hatte keinen Mittag und kein Frühstück. Eigentlich hatte ich gar nichts. Zwischendurch ein winzig kleines Knack- und Backbrotchen, was auch wirklich kleines. Diese Kinder. Und dann presse ich die Haare vor dem Kopf auf dem Fest. Mama, ich will das. Mama, ich will das. Mama, ich will ein Ruhchen. Mama, ich will was. Das und das. Aber ich selber hatte gar nichts. Das kennt ihr bestimmt. Ansonsten war es schön, obwohl ich gar nicht so viel davon gesehen habe vor dem Fest. Ich hatte einen veganen Kaffee, der war nicht so geil. Ich wusste nicht, dass es ein veganer Laden war. Ich hatte einen vegetarischen Hipsterladen, wie immer. In so Hipster-Stadtteilen wie Prenzlauer Berg. Aber er war auch noch vegan. Hatte ich so eine Hafermilch. Das war gar nicht geil. War echt ekelhaft quasi. Ich glaube, ich muss jetzt mal weiterfahren. Hallo. Ähm, gestern war Wochenende. Heute auch. Gestern waren wir noch auf einem Fest mit unserem Vorlesebus. Ja. Morgen ist Kita. Und in der Kita ist... Und dann... Ähm... Fünf Tagen... Fünf Tagen... Ich... Ich... Warte... Das. Und das ist... Schulfest. Da gehen wir dann hin. In fünf Tagen... Machen wir mal bitte hier ein Kreuz hin. Okay. Ein Kreuz. Wir... Machen dann... In der Kita... Kekse... Und wir brauchen das... Wir brauchen... Smarties... Warte, Markus. Wir brauchen... Luftschlangen. Nochmal Luftschlangen. Wir brauchen die... zum Dekorationen. Zum Raufmachen. Und wir brauchen nochmal die... Wir brauchen... Und nochmal Luftschlangen. Ja! Und wenn ihr möchtet... könnt ihr ja mitkommen. Ähm... Ist... Tschüss!